Willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Ich habe an dem Platz, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, mir schnell ein Camp aufgeschlagen. Und werde jetzt zum Zielort reisen. Und zwar nicht nach Ridgefoot Farm, auch nicht nach McFarlane's Ranch, nach Armadillo. Geht ein bisschen flotter als mit dem Pferd. Und dann schauen wir mal, was unser Schlangentinktur-Verkäufer Mr. West Dickens von uns will. Vielleicht müssen wir ihm ein bisschen beim Handel helfen, beim Vertrieb. Wir sind ja hier irgendwie alles. Kaufgeldjäger, Sheriff. Du kannst einige ältere Zeitungsausgaben kaufen. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal, was Mr. West Dickens von uns will. Ähm, ja. Was hatte ich? Kopfgeldjäger, Sheriff, Händler. Ähm, beim Arzt. Okay. Ach ja, genau, den haben wir ja beim Arzt abgeliefert. Du sollst nicht falsch aussagen, außer für Profit. Das ist mal ein Wort, Mr. West Dickens. Wunderbar, merke ich mir. Und ich kann euch sagen, mit kein Uncertainty, dass Miracle-Cures sind kein Wunderbar. Ich wünsche euch einen guten Tag, Herr. Oh, Mr. Marston, gut zu sehen. Wie hast du dich? Ich bin gut, Mr. ... Mr. West Dickens. Nigel West Dickens von East Sheep, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service? At everyone's service, at the service of science. Acknowledge, of life. Uh, how are your wounds? Hm? Oh, oh, much, much better. But then, they would be. Would be? I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just two dollars an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I'd do a bulk discount rate of 195 an ounce. As long as you buy a hundred ounces or more. That's a lot of immortality. Oh, give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Um, listen, Marston, I'm broke. But this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood and I'll explain, while we go. Okay. Alright, John, let us make haste for Ridgewood Farm. Ja, willst du nicht lieber fahren? Hm, oh man. Gut. Also doch der Handel. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wir vielleicht beim Braun helfen müssen oder irgendwie sowas in der Richtung. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. How do you do? The hoodwinking, the weak, gullible, out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I look so bold, for heating such ill-informed scufflepuffers. You're just full of wind as a horse with a cock. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize, but the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine battle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking a death door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act, I can, John. A more convincing old fellow there has never been. And so shall you a fair Tiago or Cassio-maniacal. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The Flourish, the Bao. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret this. I'll drop you off at the outskirts of Bridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be formed. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the paying public. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham. Oh no, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of Enterprise, that's all. Well, do you think that fucksome young girl you see on the Voyage camera posters knows the first thing about photography? Advertising my boy is the future. You'd best be a man of your work. I think Wes Dickens is kind of cute, right? Well, good. You hop out here, John. Follow me in on foot. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. Okay. Geh zu Wes Dickens' Vorführung. Ah. Ja. Ich bin ja nicht so davon überzeugt, ne? Und dass ich dem jetzt hier bei seinem Schwindel auch noch helfen soll. Naja, schauen wir mal, was da passiert jetzt. Hallo. Liebe Bewohner der Ridgewood Farm. Ah ja, er hat schon Aufmerksamkeit erregt, wie ich sehe. Die ist halt angelaufen, komm. So. Hallo. To the past. Rid yourself of illness forever. Friends. Hardworking souls of Chola Springs. Gather round. Gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backaches, swelling, sprains, sore chest, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises. And it adds vitality and vigor to the healthy man. Can you prove it, old man? Can you prove it, old man? The effects of Dr. West Dickens' own patent tonic? Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the east keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains. But I ask not for faith. I am a man of science. And today, science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Oh, okay. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Yeah. Ah, nur mit dem Revolver. Okay. Dann schauen wir mal. Okay. Okay. The ice sight of an eagle. Granted by imbibing Dr. Westickens own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If you're a head so damn sharp, why don't you try to shoot my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. I hope you're a flicker at home. Let's see how sharp you are with a moving target. I hope I have red eye. Oh, I have it. Stranger. If you're dead as the 2nd of the air, you can shoot a shot. Okay. Okay. You're more crooked than a snake and a... Clack. Have you ever seen such an eye? Behold the power of the Elixir. Look out of the sky. Hey. Hey. What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Hey, don't work like that around here, mister. Come on. Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteers. Okay, ja, Moment, 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 Moment. Langsam, langsam, langsam. R2, um deinen Gegner zu schlagen. Triffst du mehrmals R2, führst du eine Schlagcombo aus. Alles klar, dann komm her. Achila. Nach einer Schlagcombo kannst du deinen Gegner zu Boden werfen. Drücke Dreieck, wenn du das so aufgefordert wirst, um deinen Gegner zu Boden zu werfen. Okay. Hab ich den jetzt zu Boden geworfen oder war das... Hm, ich weiß nicht. War eher ein K.O. Schlag oder so ähnlich. Oh, Mensch. Achila. Ähm. Aus der Pistole aus der Hand, okay. Lack. Der Typ war grad gut. Richtig, Aquila. Immer schön Geld ausgeben hier. Wunderbar. 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 Und ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe gedacht, ich könnte sein, dass ich dein Kind Odysseus sein könnte. Beware der Greeks, die Gäste zu tragen, Herr. Williamson hat sich besser beware. Wir werden sie in Trojan machen. Ich kann nicht richtig verstehen. Ich möchte, dass mein altes Freund, Sepp. Er ist ein bisschen lustig, aber ich bin sicher, dass ihr, auch, werdet ihr. Er ist oft oft am Kutz Chapel gefunden. Er ist sehr devout. Warum sehen Sie ihn? Weil zwischen ihm und mir, wir können diese Gäste für Sie öffnen. Und Sie können direkt in, wie in Homers großen Trojan Yarn. Oh, Mr. West Dickens. Dieser Sprachkünstler. Jetzt haben wir ein S auf der Karte. Und hier können wir Pferde zureiten. Triff dich mit Seth in Kutz Chapel beim S auf deiner Karte. Ja, wir machen erst mal das hier. Schaden kann es sicher nicht. Na ja, ich habe bis jetzt noch jedes Pferd gezähnt. So. Mein liebes Pferdchen. Muss ich dich erst fangen, oder kann ich so aufsteigen? Au. Okay, ich glaube, ich muss dich erst mal fangen. Ja. Dann komm mal her. Okay, schön hier geblieben. Okay, auf geht's. Pass auf den Zaun auf. Sonst muss ich den Schaden ersetzen. Okay, bitteschön. Bring das Pferd zum Stall. Magst du die Koppel vielleicht für mich öffnen, oder muss ich drüber hüppen? Na ja, dann pütt mal drüber. Okay. Gut. Machen wir das? Geht ja flott. Kann man immer mal so machen für zwischendurch. Kein Ding. Fünf Dollar, wow. Hey, super. Hat sich ja gelohnt. So. Dann steige ich mal auf mein Pferdchen. Geschäfte haben neue Utensilien im Angebot. Kann ich ja auch irgendwann mal vorbeigucken. Outfit der Warton-Banne, Menü-Eintrag aktualisiert. Schön. Gut, dann, ähm, wenn jetzt nicht noch weitere Mitteilungen kommen, werde ich hier die Folge beenden. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wie wir zu Seth reiten. An den kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Naja, wenn ich ihn sehe, dann würde er mir wohl bekannt vorkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Erst dann.